Siehst du, dieser hufeisenförmige Einschnitt. Wenn sich die Wellen hier brechen, fluten sie durch diese enge Öffnung zurück und das gibt einen mächtigen Sog. Ja, aber von hier kannst du kein Boot auslaufen lassen. Auf der ganzen Insel gibt's überhaupt keine Stelle, wo man ein Boot zu Wasser lassen könnte. Wir füllen zwei Säcke mit Kokosnüssen und werfen sie zusammengebunden in die See. Und dann lassen wir uns treiben, Louis. Das Festland ist nur 24 Meilen entfernt. Die Strömung treibt uns direkt dorthin. Dauert nur zwei Tage. Bist du sicher? Ja. Ja. Und du meinst, es wird gehen? Ist das so wichtig? Ja. Untertitelung. BR 2018